Ich... Ich habe ihn im Stich gelassen. Ich habe seinen Zauber benutzt. Den Zauber, mit dem er mich immer erschreckt hat. Um ungesehen hineinzukommen und ihn zu retten. Bei unserer Flucht wurden wir von Unheilsbruten überrannt. Vater hat irgendeinen Zauber gewirkt und mir wurde schwarz vor Augen. Als ich aufwachte, war ich hier und er war dort. Es tut mir leid. Ich habe ihn enttäuscht. Im Gegensatz zu euch. Ihr habt die Blutdorn-Kultisten aufgehalten, genau wie er es gewollt hätte. Ich werde meinen Vater begraben. Könntet ihr für mich mit Dame Klarike sprechen? Ich brauche einen Moment für mich. Okay. Ihr Acht, rettet mich! Könntet ihr euch? Ihr Acht sich! Bitte? Das war's! Ich habe ihn mit einem Schuss, das war's! Ich binieval. Zuhause! Ich habe ihn für mich. Ich bin mit deinem Schluch. Schöger. Ich bin mit deinem Schuss. Endlich frei. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich habe die Einwohner gerettet. Ich habe die Einwohner gerettet und die Boote zerstört. Ich verstehe. Ihr habt uns die Kultisten direkt in die Klingen getrieben. Gute Arbeit. Ihr hattet recht mit diesem Banditen. Er hat wirklich einiges für uns getan. Wir erledigen die verbleibenden Kultisten und ihre Zombies. Blutdorn-Kultisten sind wie verrückt. Ich verstehe. Ihr habt uns getrunken. So. Jetzt werden wir nochmal nach Hause porten. Oh, das könnte ich ja auch über das Ding hier machen. Akt nach Dolzsturz. Oh, das könnte ich ja auch über das Ding hier machen. Oh, das könnte ich ja auch über das Ding hier machen. Selbst mit den Würdinnen, die über es wachen, bleibt das Vettelfen ein seltsamer Ort. Ihr seid neu in Dolzsturz, nicht wahr? Ich kenne jeden hier. Ich kenne jeden hier. Selbst mit den Alchemisten, die hier in der Mühle kampieren. Jetzt müsste ich Platz haben, um mir selber Platz zu machen. Noch ein freien Platz? Okay. Selbst mit den Alchemisten, die hier... Das war's. Was ist? Damit die Quest nicht mehr angezeigt wird, mache ich dann jetzt auch Schmied. Schmied, heben, schnell. 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 Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020